Musik Während in den übrigen Hallen der Gymnastrada Höchstleistungen geboten werden, können die Teilnehmer in der Halle 4 die einzelnen Turnverbände kennenlernen, Turnbekleidung kaufen oder neue Geräte ausprobieren. Ein Highlight ist neben dem überdimensionalen Trampolin der Stand des Turnverbandes von Katar. Hier kann man Wasserpfeife rauchen, Tee trinken oder sich ein Henner-Tattoo aufmalen lassen. In der Halle 4 präsentiert sich auch der Vorarlberg-Tourismus. Die Kleidung der einzelnen Delegationen ist sehr gefragt und kann hier gekauft werden. Die Teilnehmer tauschen ihre Kappen, Jacken, T-Shirts oder Hosen untereinander aus. Das mit Abstand begehrteste Objekt ist die Bauchtasche der Schweiz.